Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter Ich sehe hier Real Pools, ich sehe Bilder von Pools. Was genau macht die Firma Grand Pool aus? Die Firma Grand Pool beschäftigt sich seit 1967 mit Badespaß für die Familie im eigenen Garten. Das umfasst jetzt Schwimmbecken, unter anderem auch Selbstbausätze und natürlich auch Real Pools. Auf der Messe ist der Fokus mehr auf Real Pools, oder? Warum liegt der Fokus auf Real Pools? Auf der Messe ist relativ einfach erklärt, weil wir die einfach wesentlich besser präsentieren können, vor allem im Stück präsentieren können. Das hier ist euer Highlight, wieso? Die Firma Coast Bar aus Kanada hat sich etwas ganz besonders einverlassen. Sie hat ein patentiertes System mit diesem Verlauf. Das heißt, ich habe hier von der Höhe her hinten 1,20 Meter, hier vorne ein Meter und hier einen patentierten Wasserfall mit 60 Zentimeter Breite, der einzigartig ist in der Branche und ein spezielles Massageerlebnis bietet. Auch dieser Höhenverlauf hat den Vorteil, dass man natürlich für den Pool, der für den Außenbereich konzipiert wurde, natürlich jetzt sauber geschützt ist und Wind und Wetter keine Rolle spielt und man kann den Pool super schön geschützt hier genießen. Jetzt ist es ja das Argument momentan, das kostet Energie. Was halten Sie dem entgegen? Beim Thema Energiekosten ist so ein Real Pools sicherlich ein Luxusprodukt, keine Frage. Auch hier wieder gibt es Möglichkeiten, mit denen man eben auf alternative Energiequellen zurückgreift, sprich sich den Strom von einer Photovoltaikanlage holt. Wo liegen wir hier preislich? Wo ist so die Range? Die Range beim Whirlpool geht bei 12.000 Euro in etwa los und geht dann bei den Swimspars hinauf bis zu 40.000 Euro.